hallo und willkommen zu diesem video in diesem video werde ich dir auf anfrage eines abonnenten den grand prix angriff vorstellen und zwar für weiß diesmal ich habe schon ein video gemacht wie man mit schwarz am besten dagegen spielt das kann ich dir hier auch gerne mal einblenden falls dich das interessiert so der grand prix angriff entsteht nach den zügen e4 c5 springer c3 und nun gehe ich mal darauf ein was so die traumstellung wäre die man gerne mit dem grand prix angriff erreicht da spielt schwarz hier mit d6 f4 und f4 das hier der sehr thematische zug der leitet hier den grand prix angriff ein weiß wer im königsflügel angreifen g6 ja und schwarz baut sich hier jetzt so königsindig auf läufer c4 beide seiten entwickeln ihre figuren rochade e6 d3 springer e7 dame e1 rochade und jetzt kommt der sehr schöne und überraschende zug aber sehr typisch für den grand prix angriff schwarz hat alle seine figuren so aufgebaut dass sie hier den vorstoß f5 verhindern hier der bauer kontrolliert das feld der bauer kontrolliert das feld der springer und der läufer und trotzdem sagt ich weiß einfach ja ich will f15 ich spiele f5 und das ist hier ein bauernopfer aber das ist häufig sehr stark und sehr effektiv hier und deswegen spielen auch so viele leute den grand prix angriff die meisten nehmen tatsächlich hier mit dem e bauer und das ist schon nicht so besonders gut und würde ich dir auch nicht empfehlen wenn du das hier mit schwarz spielen willst als weißer können wir hier einfach mit dame h4 spielen h5 läufer g5 und zwar hat hier schwarz wohl laut computer ungefähr ausgleich aber es ist sehr unangenehm hier zu spielen und das obwohl hier schwarz erstmal ein bauer mehr hat im moment ist der weiße angriff jedoch sehr schön wir sehen hier schon der läufer ist jetzt nach f6 hier reingezogen wir jetzt den lauf auf g7 abtauschen werden die ganzen schwarzen felder hier um den schwarzen könig schwach weiterhin kann er springen ja nach g5 und weiß bekommt hier einen sehr sehr starken angriff der hier auch den schwarzen sofort komplett zerstören kann und das ist halt sehr unangenehm würde ich nicht so gerne spielen hier mit schwarz und als weißer sagen wir natürlich das machen wir doch das ist doch eine schöne stellung das spielen wir doch gerne die andere option wäre dass schwarz nach f5 hier tatsächlich den bauer auch mit dem g bauer nehmen kann das habe ich eine zeit lang gespielt hier als schwarzer aber auch das hier muss schwarz sehr gut kennen und weiß bekommt hier auch immer noch starken angriff wieder dame h4 der standardzug hier nun f schlägt e4 gewinnt hier sogar einen weiteren bauer schlägt e4 springer g6 und dame h5 und obwohl wir hier zwei bauern weniger haben im moment als weißer ist die stellung doch recht gut sogar für weiß denn er hat sehr starke kompensation dafür hier bessere leichtfiguren entwicklung der läufer kann schön nach g5 wir versuchen wieder den läufer abzutauschen dann den springer nach g5 zu stellen und hier anzugreifen vielleicht kann auch noch mal der turm hier über f3 nach h3 rein und das ist immer das standard schema wie weiß hier dem schwarzen könig eben angreift eine andere option wäre dass schwarz sich hier nicht entscheidet den bauer rauszunehmen und an der stelle hier mit springer d4 weiterspielt aber auch hier läufer h6 das gleiche schema wir versuchen immer diesen schwarzfätrigen läufer den starken läufer von schwarz hier abzutauschen springer g6 dame h5 und hier kann die stellung sich wieder weiterentwickeln gleiche angriffsideen wie vorhin schon das ist also so die traumstellung die weiß gerne erreicht im grand prix angriff wo er hier zu einem bauer weniger hat oder ein zwei bauern opfert aber dafür starken angriff bekommt dass die idee vom grand prix angriff aber ganz weit vorne kann schwarz eben auch noch anders reagieren und muss sich nicht unbedingt hier mit d6 aufbauen stattdessen ist der hauptzug hier tatsächlich springer c6 und nach springer c6 spielen jetzt auch f4 wir wollen ja den grand prix angriff spielen und wenn schwarz sich jetzt entscheidet hier d6 zu ziehen ist alles super dann kommen wir in ähnliche stellungen wie vorhin rein und das war ja sehr angenehm wie wir gesehen haben aber hier hat schwarz auch noch paar andere optionen und zwar könnte er hier auch mit e6 spielen und das ist so eine variante die ich auch eine zeit lang gespielt habe mit schwarz ich habe häufig gegen den grand prix angriff gespielt und den selten als weißer selbst gespielt aber ich kenne natürlich die ideen für weiß da ich auch als schwarzer mich darauf vorbereiten musste und hier spielen wir weiter mit springer f3 nun d5 und hier kommt ein zug den wir vorher nicht so gesehen haben und zwar läufer b5 ist hier immer noch der geschlossene sitzianer und läufer b5 entwickelt jetzt den weißfätrigen läufer und hier hat schwarz auch mehrere optionen darauf zu reagieren die erste wäre hier mit springer e7 weiter zu spielen und hier noch ist die stellung recht entspannt für weiß wir schlagen einfach auf d5 schlägt d5 und spielen dame e2 und nach dame e2 folgt ihr in den allermeisten fällen dame d6 und nach dame d6 einfach d4 und dieser bauer wenn schwarz den nehmen sollte nehmen wir einfach mit dem springer wieder das passiert auch sehr häufig und hier hat schwarz einen isolierten bauer auf d5 und da können wir als weißer ganz gut dagegen spielen finde ich recht angenehm ich habe auch ein video gemacht wie man gegen den isolierten bauer spielt das ist einfach mir macht das spaß gegen solche isolierten bauern zu spielen aber muss jeder für sich selbst wissen die andere option wäre dass schwarz hier stadt dame d6 noch mit läufer g4 spielen kann aber hier nehmen wir einfach auf c6 raus und spielen jetzt mit f5 und f5 ist erstmal überraschend hier stellt das nicht einfach den bauer ein aber nach läufer steht der fünf können wir einfach hochieren und nun behauptet weiß dass hier die offene f linie wesentlich wichtiger ist als der bauer auf f5 und weiß hat natürlich aktivere figuren bessere entwicklung hat schon den könig in sicherheit das ist das starke was weiß hier hat für den bauer ja deswegen nimmt schwarz diesen bauer auch nicht in den meisten fällen sondern spielt hier weiter mit d4 nun folgt hier springer e4 und die stellung ist auch angenehm für weiß wie ich finde jetzt droht hier mal f6 sehr angenehm schwarz kann auch noch auf f3 schlagen aber dann einfach damen schlägt f3 auch keine probleme hier für weiß bessere entwicklung f6 ist immer noch eine drohung okay so weit zu der variante mit springer e7 an dieser stelle die andere option wäre dass schwarz hier sich entscheidet mit springer f6 weiter zu spielen und hier machen wir auch einfach dame e2 das kannst du dir merken dame e2 ist ein häufiges motiv hier in diesen strukturen im grand prix angriff und nun hier läufer e7 rochade rochade läufer schlägt c6 b schlägt c6 und d3 und weiterhin können wir jetzt wieder ein ähnliches schema spielen wie wir es schon in der variante mit d6 ganz am anfang gesehen haben wir versuchen jetzt springer g5 zu spielen und die dame hier rüber zu bringen und anzugreifen oder vielleicht ist g4 auch mal möglich und dann kriegen wir eben ähnliche strukturen scharfe strukturen wo wir den könig angreifen können und das ist ja die grundidee im grand prix angriff deswegen das ist eigentlich sehr angenehm die letzte option die schwarz hier noch hat wo sich das spiel ein bisschen anders entwickelt wäre dass er hier mit d4 weiter spielt nach d4 schlagen wir auf c6 b schlägt c6 und springer e2 und hier gibt es auch zwei varianten in den meisten fällen spielt hier schwarz sogar mit springer f6 hier mit springer f6 und hier nach haben wir überhaupt kein problem als weißer wir spielen einfach d3 und haben hier schöne kontrolle über das zentrum angenehmes spiel die stellung ist geschlossen deswegen ist das schwarze läuferpaar auch nicht so stark und wir können hier unseren angriff starten die andere option wäre die auch wesentlich kritischer ist dass schwarz hier mit d3 weiter spielt und den bauer müssten wir dann schlagen dame schlägt d3 und nun dame a4 dame b5 springer c3 dame schlägt a4 springer schlägt a4 und mit dem endspiel muss man sich hier als weißer eben abfinden wenn man die variante mit läufer b5 spielt ich finde das aber auch angenehm hier zu spielen schwarz hat zwar das läuferpaar dafür hier den isolierten doppelbauern auf der c linie die c linie ist auch offen also weiß kann hier potenziell einen turm nach c1 stellen und die bauern sehr gut angreifen deswegen auch das finde ich angenehm zu spielen für weiß auf eine variante auf die ich jetzt noch nicht eingegangen bin die letzte variante das wäre eben die variante an dieser stelle mit a6 und hier kommt es auch noch mal zu ganz anderen stellungen aber die varianten habe ich alle in dem video besprochen wie man gegen den grand prix am griff am besten spielt und dann findest du auch die varianten für weiß die ganz gut sind also falls dich die varianten auch noch interessieren kannst du das hier gerne ansehen ansonsten war es das mit meinem einblick hier mit dem kurzen einblick in den grand prix angriff für weiß was man so beachten kann welche ideen und strategien es hier so gibt ich hoffe es hat dir gefallen falls es so sein sollte lass gerne einen daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten video bis dann und ciao